Hey liebes WWE-Universum, ich bin Samanu und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal. Ich habe heute was ganz besonderes für euch und zwar das neueste Monopoly in der WWE-Edition. Ja, ich habe noch nicht reingeschaut, aber das holen wir jetzt mal nach und zwar zusammen. Und deshalb wünsche ich euch viel Spaß bei diesem Unboxing. So, und da sehen wir schon die Verpackung. Vorne drauf die wichtigsten WWE-Superstars der vergangenen Jahre. Egal ob ein Rock, ein Undertaker oder auch ein Roman Reigns. Hinten drauf, und das finde ich ziemlich genial, achtet mal rechts oben auf Mr. Monopoly. Der hat nämlich ein WWE-Mikro in seiner Hand. Sehr, sehr cool. Und dieses Mikro, das gibt es ja dann auch als Spielfigur. Schauen wir also mal rein. Und das erste, was mir da jetzt zum Beispiel auffällt, ist hier das Geld und natürlich auch die Spielkarten. Bevor wir uns aber das anschauen, gibt es das Spielfeld jetzt noch relativ klein, aber mit zwei Handgriffen ist es dann auch in groß. Und da sehen wir schon als erstes sehr, sehr viele Superstars. Sowohl als Straße, als auch natürlich vorne, beziehungsweise in der Mitte drauf. So, was ist noch drinnen in der Verpackung? Natürlich das Geld, was wir gesehen haben, die Spielkarten, dann die Tribünen, beziehungsweise die Stadien, natürlich auch ganz wichtig im weiteren Verlauf des Spiels, dann die Figuren, die es ja auch im WWE-Stil gibt und einen Beutel, in dem die Figuren dann reinkommen. Die Spielanleitung darf natürlich auch nicht fehlen. Ich weiß, es gibt immer wieder Hausregeln in jeder Familie, aber das sind die ganz offiziellen Regeln. Dann hier die Straßen sind Superstars. Zum Beispiel die Parkstraße, John Cena oder die Schlossallee ist The Rock. Dann haben wir noch vier Tag Teams. Das sind normalerweise im klassischen Monopoly die Bahnhöfe. Da kann man also sehr, sehr viel Geld machen. Dann haben wir noch Raw und Smackdown-Felder. Da dürfen wir dann jeweils eine Karte ziehen. Was auf diesen Karten draufstehen könnte, das zeige ich euch später. Und natürlich muss das in einem Monopoly drinnen sein, das Gefängnis. Gefängnis, sonst würde es ja auch gar keinen Spaß machen. So, nehmen wir also uns als nächstes die Spielfiguren. Ich habe es gerade schon gesagt, im WWE-Style sind die. Da müssen wir erst mal das aufmachen. So, insgesamt sechs Figuren sind es. Insgesamt sechs Familienmitglieder dürfen ja mitspielen. Darunter ein WWE-World-Heavy-Ware-Champion-Gürtel, ein Money-in-the-Bank-Koffer, ein Mikro, eine Leiter, das WWE-Logo und ein Stiefel. Und damit das nicht verloren geht, na, das geht ja doch relativ schnell, weil es ja relativ klein ist, gibt es diesen Beutel hier. Na, geht der auf? Na, es ist ein bisschen schwer. Ich glaube, ich brauche längere Fingernägel, um das zu schaffen. So, jetzt ist es aber offen. Der Monopoly-Beutel, sehr klassisch gehalten. Vorne steht Monopoly drauf, hinten steht Monopoly drauf. Und dann würde ich sagen, tun wir die Spielfiguren direkt da hinein. So, was nehmen wir als nächstes? Ich würde sagen, das Geld. Denn Geld regiert ja die Welt. Na, das ging jetzt ein bisschen schneller. So, und was fällt mir hier als erstes auf? Ziemlich genial. Mr. McMahon vorne drauf. Auf jedem Geldschein. Hier in dem Fall mit einem Monopoly. Was für Geldgrößen haben wir? Ja, natürlich ein Monopoly, fünf, zehn, zwanzig, fünfzig, einhundert und fünfhundert. Ich habe es hier mal hingelegt, bin ein bisschen nach vorne gesprungen. Und dann können wir uns um die Spielkarten kümmern. Denn man muss ja wissen, na, wie viel Geld zahlt denn jetzt mein Gegner an Miete an mich? Und wie viel kostet auch eine Tribüne oder ein Stadion, um dann im weiteren Verlauf des Spiels richtig, richtig viel Geld zu verdienen. Hier Neville, Stardust und so weiter und so fort. Ich würde sagen, wir schauen uns mal die beiden Karten der teuersten Straßen an. Nämlich The Rock und John Cena. Ja, am Anfang noch Miete 50. Das ist jetzt nicht so viel. Aber wenn man ein Stadion hat, dann wird das schon ganz schön teuer. Dann haben wir die Tag Teams und auch Dean Ambrose und Roman Reigns. Das sind ja so die Kraftwerke. So hieß es zumindest im klassischen Monopoly. Dann haben wir die Raw und Smackdown Karten. Hier auch mit dem Raw Logo. Und dann schauen wir mal, was draufsteht. Du hast beschlossen, deinen Money in the Bank Koffer zu Geld zu machen. Ziehe 100 Monopoly Geld ein. So, bei den Smackdown Karten wird es doch nicht so gut. Paul Heymans Hilfe hat seinen Preis. Zahle 15 Monopoly Geld. Gut, vom Geld her ging das jetzt noch. Aber natürlich bekommt man lieber was, als dass man etwas hergibt. Schauen wir uns die... Na, geh auf. Ja, man muss ein bisschen vorsichtig sein. Die Stadien und auch die Tribünen an. So, da sind sie draußen. Als erstes die Würfel. Zwei haben wir. Und, na, was würfeln wir hier? Acht würfeln wir. Na, das passt doch. Schauen wir uns als erstes mal die Stadien an, würde ich sagen. Hier sehen wir es schön in rot getaucht. Kleinhandlich. Und du bekommst sehr viel Geld, wenn du so ein Stadion... Oh, opala. Das ist mir jetzt einfach mal aus der Hand geflogen. Ich hebe es nachher auf. Die Tribünen. Hier sehen wir mal eine. Ich nehme noch eine zweite. Nehme noch eine dritte. Ja, in schwarz gehalten. Insgesamt vier Tribünen braucht ihr, um ein Stadion bauen zu können. So. Das ist also das gesamte Monopoly. Ich werde es jetzt auch gleich mal zocken. Bin auf jeden Fall gespannt, wie es ist. Und ich wünsche euch viel Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Haut rein und ciao.